Hallo, ich bin fett, ich bin fett, so fett, dass du das nicht glauben kannst. Ich bin der fetteste Mensch auf dieser Welt. Das ist verrückt, weil ich so fett bin, dass du das glauben kannst. Jetzt kommt wieder Hintergrund Gameplay. Hey, hallo und willkommen zu Pixel Draw, dem tollen Format. Ihr schreibt mir irgendwas in die Kommentare und ich muss es dann machen. Allerdings nicht ganz normal, oh nein, sondern nur mit Pixeln. Ich habe ja eigentlich gesagt, über die Sommerferien mache ich keine Videos mehr. Aber da es sich so zahlreich gewünscht wurde, in euren ganzen Kommentaren, habe ich mir gedacht, ich mache doch noch eine Folge Pixel Draw. Fantastisch. Ja, ich würde sagen, dann geht es auch jetzt los. Ja, BOOM! Okay, mein Avatar zeichnet der Depp. Ich glaube, du meinst. Den. Depp. Ich will den Waluichi in einer Vitrine malen, als Andenken, dass er es nicht geschafft hat, ein Smash Bros. Charakter zu werden. Wisst ihr, was da viel mehr passen würde? Ein Grab. Also, ein Sonic mit einem Mario-Kopf war schon immer eine fantastische Idee. Ähm, Sarkasmus. Hier, bitteschön, ein Sonic mit einem Mario-Kopf. Wie gewünscht. Hey, also zuerst mal solch einen richtig leckeren McDonalds-Burger malen, in einer McDonalds-Burger-Verpackung. Okay, habt ihr schon mal so einen richtig leckeren Burger gesehen, den ihr unbedingt essen wolltet? Der so richtig lecker aussieht mit richtig viel Fleisch. Leckerer Soße. Da lacht Käse alles. Ja, dieser Burger ist keiner davon. Denn das ist ein McDonalds. Extra. Mac. Fuck. Mh. Lecker. Wollte den ich auch gleich mal anbeißen und danach, eine Stunde später, an Lebensmittelvergiftung sterben? Mh, mh. Ne? Okay. Okay, also endlich ist es natürlich noch eine Oma malen, die dappt. Ich hab zwar keine Ahnung, was ihr in den letzten Videos alle mit dem Dab hattest, aber okay, die Oma, die dappt jetzt auch, okay? Dab. Bleh. Okay, eigentlich wäre das Video jetzt zu Ende, aber ich hab noch einen Wunsch. Kann ich jetzt leider nicht einblenden, das war nämlich in irgendeinem Stream nicht wichtig. Okay, von dem lieben Primzy. Ich sollte nämlich seinen Banner malen in Pixeln. Und dafür habe ich scheiß ewig lange gebraucht. Mindestens drei Stunden. Entschuldigung, dass ich so geschrien habe. Okay, hier ist sein Banner in schönen Pixeln. Hm. Bitteschön. Hier. Da. Yes! Okay, das war's. Komm, schaltet ab. Video ist zu Ende. Klickt auf den Auf-Button. Oder erwartet ihr noch irgendwas? Okay, wenn ihr unbedingt wollt. Bitteschön. Hier. Ein Gewinnspiel. Bitteschön. Das Gewinnspiel läuft bis zum Ende der Ferien. Also, keine Ahnung. Dann, wenn mein neues Video kommt, dann ist das Gewinnspiel zu Ende. Dann kommt auch höchstwahrscheinlich die Auflösung. Aber wie? Könnt ihr mitmachen? Das ist ja hier die Frage. Zu gewinnen gibt es einmal Sonic Mania Plus. Das ist echt ein geiles Spiel. Müsst ihr euch kaufen. Ja, dazu müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben, ob ihr abonniert habt. Ihr müsst auch abonnieren für das Gewinnspiel. Warum ihr abonniert habt, wegen dem Gewinnspiel, ist kein Grund. Und bitte abonniert auch nicht nur wegen dem Gewinnspiel. Abonniert bitte nur, wenn ihr mal ein Video schaut, ja. Ja, ähm, einmal natürlich das Video liken. Vielleicht auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verfassen wollt. Und reinschreiben, entweder eine Videoidee oder halt, wie gesagt, warum ihr abonniert habt. Ich würde sagen, es ist dennoch das richtige Ende von dem Video. Danke, dass ihr bis jetzt mitgeguckt habt. Oder bis jetzt vorgespult habt. Im einen habt ihr ein bisschen was geguckt. Und ich würde sagen, Tschüss.